Das erste Spiel von Chris Ebert gegen Martina Navratilova fand kaum Beachtung. Nur wenige wurden Zeugen wie die damals 18-jährige US-Amerikanerin, die 16-jährige Tschechin im Jahr 1973 besiegte. Navratilova sagte nach dem Match, mein Ziel war es, dass Ebert meinen Namen in Erinnerung behält. Heute erinnert sich Ebert nicht nur an den Namen. Die beiden sind über die Jahre zu engen Freundinnen und Vertrauten geworden. Die Dokumentation erzählt die Geschichte der beiden außergewöhnlichen Athletinnen, die trotz Rivalität auf dem Kort zu besten Freundinnen wurden. Unmatched. Heute 19 Uhr im SSF.